das war zu viel das Boden und so schnell bin ich halt nicht und ich kann auch leider keinen Slam Dunk machen um da eine Fackel reinzusetzen das bringt mich halt hier drüben irgendwo hin hier ist die Treppe ganz drüben würde ich wahrscheinlich da runter fallen und zwei weiter unten würde ich da runter fallen das würde mich hier halt raus bringen das bringt mir alles nichts das lässt mich hier landen das lässt mich da runter fallen und dann lande ich halt in diesem Raum hier drin hier drüben lande ich halt in diesem Raum hier hier lande ich hier glaube ich irgendwo hier lande ich hier in der Ecke also ich würde wahrscheinlich immer wieder hier landen wo auch immer man da runter gefallen ist das weiß ich gerade gar nicht gut weiter gucken ich habe hier eine Fackel und ich habe hier eine Fackel das ist ja soweit okay und ich habe da eine Fackel und ich habe da hinten wo ich nicht rankomme ich habe da noch eine Fackel ja so ich mache jetzt mal absichtlich dunkel guck mal was passiert mich überall die Fackeln rausnehmen und dann fange Sachen zu löschen und dann fange Sachen zu löschen das ist immer noch zu timet da jetzt habe ich was gesehen okay ja hier ist aufgegangen okay ups okay nicht wieder anmachen wieder hier durch ich marschieren falsche Richtung so ich mache einfach hier einen Quick Save da war ich zu langsam das Problem ist ich kann nichts da hinschmeißen außer auf die Druckplatte ich kann meine Gruppe nicht aufteilen so ich hatte noch eine Fackel irgendwo So, da bin ich wieder. Mir ist gerade das Spiel abgestürzt. Mal wieder. So, also beim Quick-Safen. Deswegen wiederholen wir das Ganze nochmal. Schön wäre es, wenn ich hier aufkriegen würde. Alleiner gibt es keinen Knopf. Wobei ich mir voll gut vorstellen kann, dass das irgendwie das Rätsel der Lösung ist, dass man hier aufmachen kann und einfach durchlaufen. Weil, wie gesagt, die ganzen Dinger, die machen irgendwas. Ich sehe halt nur nirgendwo einen Knopf. Den ich drücken könnte. Und ich hätte ähnlich gesagt, jetzt gerade arg wenig Lust. Nochmal in die Lösung zu, in die Walkthrough zu gucken, wie das hier funktioniert. und ich werde nicht mehr Wir gehen. Und ich werde das hier. Ich werde das hier. Ich werde das hier. Und ich werde das hier. nein mir fehlt da einfach das stück ich werde wohl den teleport brauchen also die beiden rollen und dafür fehlen mir noch immer sechs punkte das heißt es bei einem level ab was sie bald kriegen sollte bald ist relativ sind immer noch 80.000 nicht ganz sind noch knapp 50.000 was sie noch fehlen dabei trägt sie gerade sie das amulet of wisdom das ist echt doof gerade aber wirklich ich meine ja das da macht auf es muss was ich muss es wahrscheinlich wirklich mit dem teleporter machen okay das heißt ich habe jetzt gerade keine andere wahl ich bin doof ich habe doch was womit ich machen kann und ich kann den wahrscheinlich sogar aufladen ich habe doch nur die charge oder ja das war jetzt nicht ganz das was ich gewollt hatte aber okay bei dem ding funktioniert das nicht das verliert nur weitere ladungen oder jetzt hat es funktioniert also schön gut wir sind wieder hier wir wollen wieder nach oben so zur sicherheit machen wir hier einen save so ich frage mich gerade ob es was bringt die beiden dinge hier zu löschen nö nö gut wer aber geklärt damit sollte mich nur nicht verlaufen gerade hier geht es nämlich durch hier geht es durch und hier müsste es dann hoch gehen so dann probieren wir es halt mit dem orb zum glück habe ich den aufgehoben und zurück kann ich den jederzeit rechargen das ist auch praktisch so äh erst bei 5 ach das ist der anchor point ja gut ich habe ein secret noch ein gnome stone wie praktisch das darf die fans das so nicht lesen kannst auch wieder bell guardian spiel schön ranger battle west haben wir schon eine obsidian helmet eine fackel odds old solid key und das ist da so das stellen wir zur not hier raus so das heißt wir haben jetzt zwei von wo ist der zweite jetzt hin wir haben jetzt zwei gnome stones ok wenn ich den jetzt wieder benutze dann dürfte ich nicht wieder an dem ding dahin geportet werden sondern müsste irgendwo anders landen ich kann es aber zur not probieren portal anchor set portal anchor set ah ja also so so so